Dass er dabei ist, er verwechselt haben im Viertelfinale gegen Jugoslawien, Bergkamp gibt zwei Veränderungen bei den Italienern, Del Piero, auf geht's, Halbfinale, Fleubert, Bergkamp, Cocu, Alessandro Nesta war bei ihm, zweieinhalb Minuten gespielt, erste halbe Chance. Maas, Station fehlt, Bergkamp gegen Cannavaro, Nesta, Bergkamp, 15. Minute Pfostenschuss von Dennis Bergkamp, das ist die zweite Möglichkeit in Einzelaktion. Ganz toller Trick von Mark Overmaas und Juliano hatte da gar keine Idee mehr. Gelbe Karte. Auch im Turnier. Kleubert. Juliano war mit dem Kopf dran. Mit Doppelpass. Fern. Das nach vorne. 5,11 Meter. Merck, 5,11 Meter. Nein. Ah, gibt Abschluss und gelbe Karte für Senn. Bergkamp, Albertini, Zambrott, Insagi. Und guckt. Und guckt. Es fällt. Der sich beim Fallen senden gegen Zambrotta. Hat gelb und geht vom Platz. In der 34. In der 34. Minute geht Zambrotta. Müssen die Italiener zu Kleubert. Und jetzt gibt es Elfmeter. Wegen Haltens. Eine gelbe Karte gegen Toldo, gegen den Keeper. Elfmeter Frank de Boer. Und Toldo hält. Foul von Di Biagio. Tor gegen Frankreich geschossen. Da ist er. Inzaghi. Kleubert. Kleubert gegen Juliano. Kleubert. Kleubert. Jetzt muss er vorsichtig sein. Jetzt gibt's Geld. Ganze Menge wegstecken müssen. Maldini und Markus Merck. Und das ist bei diesen sicherstehenden Italien, die zart durchkommen. Ein bisschen. Fiore. Der erste Torschuss der Italiener. Sagi. Sehen Sie es nochmal. Aber solche Entscheidungen. Senden. Ganz vorne. Davids. Elfmeter. Der zweite Elfmeter für die Niederlande in der 61. Minute. Julianos Foul. Hat übrigens schon die gelbe Karte. Nein. Kleubert verschießt. Unglaublich. Und sie müssen die... Senden. Ballwein aus. Post. Warum nicht? Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst. Gucken wir mal, wie der sich gleich einführt. Bronckhorst. Gegen de Buur. Und ich sag's nur nochmal zur Erinnerung, wenn sie später nach Hause... Delvecchio. Torquantor. Squadra. Aber dieses Zittert als Sahnehäubchen. Fußball-Kribbeln pur. Wir sind gleich... Totti. Totti! Sehr gut bedient. Aber... Elvecchio, von der Saar, beste Chance der Italiener, in der 100. Paolo Maldini, was muss der für eine Angst haben, dass es kein Goal, kein Golden Goal gibt. Leubert. Seit lange mal wieder, eine rausgespielte Chance für die Holländer. Kleubert gegen Patrick Kleubert, gegen Nesta. Pitz. Clarence Seedorf, Minuten noch. Bronkhorst, Kleubert. Und Nesta. Fiel, die Italiener. Mann hat den. Trifft. Mann, der muss ja eine ganz Gaube. Hat schon einen verschossen. Geschossen gegen Toldo. Und Toldo hält. De Boer verschießt den zweiten Elfer. Einen. Und in die Mitte. Trifft. Torhüter-Legende. Torhüter-Legende. Kein Tor erzielen kann. Trifft. Ein Frechdachs. Francesco Totti. 3-0. Im Finale. Kleubert trifft. Die Entscheidung. Nein. Auch hier gilt, wenn Bosfeld. Italien ist. Frankreich. Bosfeld. Verschießt. Nein. 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 Es.